Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Tutorial Guide Tipps und Tricks Video zum zweiten DLC von Pokémon Karmicin und Purpur, die Indigo blaue Scheibe mit B. Leute, was gibt es heute? Und zwar legendäre Pokémon. Ja, es ist möglich, dadurch, dass man das zweite DLC besitzt, also ihr müsst es sich haben, und komplett durchgespielt haben, vorher geht mal gar nichts. Beide DLCs durchspielen, komplett fertig, dann geht es ran an die legendären Pokémon, wie zum Beispiel Ho-Oh, Lugia, Rayquaza, Entei, dies, das, alles ist vertreten, was man sich wünschen kann, mega geil. Wie kriegt man die aber? Ist gar nicht mal so schwer. Also, ihr geht auf jeden Fall mal in eure Schule, in dieses, Akademie, genau, in die Akademie, und dann seid ihr immer hier hinfliegt, seid ihr direkt hier im Eingangsbereich, wo man auch runtergehen kann, also der ganz normale Eingangsbereich. Hier rechts befindet sich ein Mann in schwarz, und das ist Mr. Mampf, und genau der ist wichtig. Der fragt euch, hey, wie viele Solo-Missionen hast du schon abgeschlossen, oder Grupp-Missionen? Und ihr seht jetzt zum Beispiel, ich kriege jetzt einen Suikun-Snack, als Beispiel, okay? Zack, habe ich bekommen, und wenn man mal wieder hingeht zu ihm, dann gibt es wieder dies, das, da, das, und er gibt euch auch Tipps, wo das Pokémon sich circa befindet. Denn ihr müsst das Pokémon leider auf der Map suchen, oder ihr guckt im Internet, aber es ist auf jeden Fall auf der Map. So, du quatschst mit ihm, bekommst dann ein Item, nachdem du, genau das hier, sehr oft abgeschlossen hast. Im Laufe der Story wirst du die Missionen freischalten. Wenn du nach rechts drückst, am Steuerkreuz, kommst du in die Missionen rein, die abschließen, da brauchst du auch extrem viele Punkte sowieso, um Starter-Pokémon freizuschalten. Wie genau, habe ich in einem anderen Video schon erklärt, guckt gerne rein auf meinem Kanal. Und ja, also, Missionen abschließen, Spiel durchspielen, mit dem Mank zu quatschen, dann bekommst du diese Items, die sich in eurer Basis-Item-Tasche befinden, wie beispielsweise hier den Suikun-Snack, was wir bekommen haben, den HOO-Snack, ich hätte einen Polaro-Snack, und so weiter, und so weiter. Also, je mehr Missionen du machst, je öfter du damit eben quatschst, ich denke mal, wir kriegen sofort noch was. Zack, nächstes, Solga-Leo. Also, jetzt darf ich Solga-Leo fangen, Suikun fangen, HO-O fangen, einfach so. Und das, was mich ein bisschen verwirrt hat, ist, er muss dazu auf die allererste Map. Ich habe mir jetzt zum Beispiel meinen HO-O rausgesucht, aus dem Internet, wo steht es, da es mir persönlich zu blöd ist, diese Rätsel rauszusuchen. Also, wenn er sagt, hey, auf dem und dem Berg, da und dort musst du suchen, ist mir persönlich so ein bisschen, ne, habe ich keine Lust drauf. Also, einfach Map wechseln, nicht ins erste DLC, sondern auf die Hauptkarte, also wirklich hier drin, ne. Hier sind sie, auf der Hauptmap, HO-O zum Beispiel, habe ich mir aus dem Internet gesucht, wie gesagt, befindet sich hier unten, zack, Zielort festlegen, in der Stadt hier rechts von Azarila, ne, da hinfliegen, und wie gesagt, leider sind alle Legendären auf der Hauptkarte, ganz, 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 ganz wichtig, auf der Hauptkarte befinden sie sich, nicht woanders, ihr müsst leider mit dem Flugzeug mit Dragoran zurückfliegen. Warum Flugzeug mit Dragoran, ihr seht es wahrscheinlich rechts unten jetzt, da um so ein kleines Flugzeug mit Dragoran. Ja, also, Hauptmap zurück, ihr habt das Ziel markiert, auf euren Miraydon setzen, oder Koraydon, was auch immer du hast, und dann ab in die Richtung. Übrigens, man kann sich auch jetzt Fliegen freischalten, ihr seht es, ne, mein Koraydon fliegt jetzt einfach rum. Das ist einfach geil, du brauchst nichts mehr machen, er fliegt einfach. Das ist ein richtig geiles neues Feature, was ich echt gut finde und im Hauptspiel vermisst habe. Kriegt man aber leider alles, wie gesagt, erst im DLC. Hätte man es im Hauptspiel schon hinzufügen können? Ja, muss der Blödsinn sein? Nein, aber ja, ja. Ist halt mit dabei in den, was kostet, kosten die beiden DLCs? 30 Euro, 35 Euro, was soll ich denn machen? Aber ja, ich fliege jetzt mal kurz hier hin, das kannst du auch mal sehen. Da unten müsste es sitzen, wenn ich mich jetzt nicht irre, und dem ganzen Glauben kann, ja, da sitzt er schon. Das ist mein Item hier noch, schön. Und hier sitzt schon unser Ho-Oh. Ich hoffe, ihr seht es im Hintergrund. Und ganz, 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 ganz wichtig. Leute, es kann nicht shiny sein. Ihr braucht gar nicht auf die Idee kommen, hier ständig hinzufliegen, wieder wegzufliegen oder das Spiel neu zu starten, auf jeden Fall vorspeichern. nicht auf die Idee kommen, es macht keinen Sinn. Leute, es wird nicht passieren. Die sehen alle shiny lockt. Du kriegst leider kein Rayquaza, kein Suikun, kein Ante, kein Ho-Oh, kein Lugia, nichts davon in shiny. Finde ich die Entscheidung gut von Game Freak? Nein, aber auf jeden Fall. Vorher speichern. Warum? Wenn du dieses Ho-Oh, was du anquatschen musst, einmal besiegt oder gefangen hast, angeblich, also ich würde darauf zielen, dass es, wenn es besiegt ist, weg ist, wenn es einmal besiegt oder gefangen ist, ist es weg. Okay? Also du wirst es Ho-Oh und einfach nie wieder sehen. Natürlich kann man sagen, ja, Rapid, brauche ich alles nicht. Ich habe mir meine ganzen Pokémon von alten Generationen rübergetauscht. Was soll ich jetzt mit einem Ho-Oh, was soll ich jetzt mit dem Pokémon, dies, das, anders oder so wie ich? Ähm, ersten Ball drin. Ho-Oh, Flottball drin. Fertig. Ähm, natürlich kann man sagen, ja, muss nicht sein, braucht man nicht, blub, blub, blub. Zählt das jetzt eigentlich auch zu den Pokédex, frage ich mich? Nee. Nee, zählt nicht dazu. Okay. Auf jeden Fall. Leute, es ist ganz einfach. Story durchspielen. Wichtig. Dann mit dem Mann am Eingang der Akademie sprechen. Wenn du genug von den Missionen, die, wie gesagt, du mit rechter Pfeiltaste auswählen kannst, von den Missionen genug abschließen, mit den Typen quatschen, dann schaltest du die legendären Pokémon frei. Gibt es noch mehr interessante Dinge, die man mit diesen BP-Punkten machen kann? Ja. Wie verdient man noch schneller diese BP-Punkte, in denen du mit Freunden spielst? Geh online, geh unseren Discord-Server zum Beispiel, oder wo auch immer hin, link in der Videobeschreibung, ähm, verabrede dich mit anderen Spiel gemeinsam diese Missionen. Warum gemeinsam diese Missionen spielen? Weil du dann schneller BP-Punkte bekommst. Bei mir steht zum Beispiel ganz oben überrumple ein Pokémon, in dem du von hinten einen Ball drauf wirfst, ne? Wenn ich das jetzt abschließe und dafür 20 BP-Punkte bekomme, bekommt mein Teamkamerad, der mit mir im Team ist, also auf dieser Welt von mir jetzt hier rumläuft, nachdem ich ihn eingeladen habe, am Pokémon Center, nehm an, ne? Ähm, dann bekommt er auch die 20 BP. Macht er etwas, bekomme ich das auch. Und so teilen wir das hin und her und so bekommen wir immer mehr BP viel schneller, schneller, schneller und schneller. Was mich jetzt gerade noch verwirrt hat, kurz, weil ich es gerade gesehen habe, ich habe hier ein Fragezeichen Pokémon. Heißt also, für mich, wenn man, das ist jetzt für mich gerade eine neue Erkenntnis, ne? Ähm, wenn man das DLC hat, dann tauchen auch hier neue Pokémon auf. Das ist, das ist für mich auch gerade neu. Da gucke ich nochmal kurz hin, was da jetzt so rumsteht. Damit habe ich jetzt nämlich nicht gerechnet. Auf jeden Fall, legendäre Pokémon bekommen, damit sehr einfach. Ich habe schon ein Video gemacht, wie man die neue Form von Knappfrew entwickelt, wie man Duraludon entwickelt, wie man, ähm, was heißt hochfliegen oder was? Wie man alle Starter-Pokémon freischaltet, wie gesagt. Ist es hier oben, wirklich? Ist das ein neues Pokémon hier oben? Äh, ich bin verlobflogen. Äh, diese Steuerung. Bruder. Bruder, an Richtung, hallo! Oh Gott, es ist, es ist furchtbar. Ey, eine Sache hasse ich wirklich, das Fliegen. Ich kann dieses Fliegen einfach nicht leiden. Ey, ich kriege das, ich glaube, in die Krise. Vielleicht geht es nur mir so, vielleicht bin ich einfach zu blöd dafür. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Ähm, okay, wo ist hier ein neues Pokémon? Hm. Ähm, hätte ich jetzt weiter unten hin müssen? Bin da kurz verwirrt, aber ich will es wissen. Mit euch gemeinsam. Das doch unten? Ist das unterirdisch? Hä? Das wäre eine wichtige Information. Gibt es hier jetzt neue Pokémon? Hm. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen kann. Hm. Hm. Hätte ich da unten irgendwo rein? Ey, ich bin verwirrt! Ich weiß es gar nicht. So oder so, anscheinend taugen auch hier neue Pokémon auf. Okay, krass. Das ist für mich eine neue Erkenntnis. Aber so oder so. Ihr habt ja im neuen Gebiet genug Möglichkeiten, Pokémon zu fangen. Es geht ja diese vier Biome. Gibt es genug zu tun? Aber ich bin gerade trotzdem überrascht, zu sehen, dass es hier auf dieser Map neue Pokémon gibt. Hm. Da ist ein Fragezeichen. Aber das einzige Fragezeichen. Thomas Floyd. Kennen wir schon. Da ist auch eine Fragezeichen. Ah. Okay, krass. Das ist mir persönlich auch neu, dass es hier neue Pokémon gibt. Hier auch auf der Map. Im ersten DLC auch. Lichtl. Hut, Hut. Nö. Auf der Map nicht. Das ist eine neue Map. Auch gerade nichts Neues, ne? Also ein kurzer Check hier im Video. Noch schnell. Ne. Okay, krass. Es gibt also neue Pokémon hier. Ich werde es mal rumsuchen, ob ich die so finden kann, äh, nach dem Video. Aber ja, krass. Neue Pokémon hier. Hm. Bin ich ehrlich gesagt überrascht. Ich gucke mir die auf jeden Fall noch an, was da so abgeht. Ähm, warum jetzt hier neue Pokémon rumlaufen? Aber ja, ihr wisst jetzt Bescheid. Legendäre Pokémon. Alles erklärt. Einfach hinfliegen zu dem Ziel, wohin ihr wollt. Wie gesagt, gebt einfach in Ebay, in YouTube ein oder auf Google. Das und das Pokémon hättest du gern. Das suchst du halt dann die Location dir raus, nachdem du genug Missionen abgeschlossen hast. Und dann ist das Ganze baby einfach. Aber jetzt bin ich doch gleich da. Geh doch noch ins Video rein, oder? Was sind hier jetzt für neue Pokémon, bitte? Hä? Ich bin komplett verwirrt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, was diese Anzeige soll. Flabebe! Flabebe, okay. Ich hatte noch kein Flabebe. Das ist neu. Okay, so oder so. Ja, die kann natürlich alle shiny jagen, aber wie gesagt, die legendären sind shiny lockt. Leute, ich hoffe, das kann ich neu, das kann ich... Das habe ich schon. Ich verstehe manchmal die Fragezeichen nicht. Den habe ich doch schon. Ha. Ach, eine andere Form, eine andere Farbe von Flabebe. Jetzt habe ich es. Aber immer, ihr wisst Bescheid, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß, bei denen wir ein Pokémon fangen. Wie gesagt, leider nicht shiny. Dafür gibt es aber andere Spiele, wie zum Beispiel Pokémon Strahlen, Diamant und Leuchtende Perle. Das habe ich auch wie YouTube-Videos gemacht. Da haben wir auch Shinies gejagt und auch Shinies bekommen. Da ist das Ganze nämlich möglich, aber hier leider nicht. Durch Pokémon Home ist es aber möglich, die ganzen Sachen hin und her zu tauschen. Nutzt also Pokémon Home, wenn ihr irgendein legendäres Pokémon haben wollt und eine andere ältere Pokémon-Version. Sorry, dass ich euch enttäuschen muss, dass die ganzen shiny lockt sind. Ich wünsche euch nochmal einen schönen Tag. Guckt euch gerne die anderen Videos an. Bruder Faust geht raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.